A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Bei den schnaubenden Rennern, die dann Feuerfunken schlagen, als dann frühmorgens anstürmen und damit Staub aufwirbeln und so in die Mitte des Feindes eindringen, wahrlich, der Mensch ist undankbar gegen seinen Herrn. Und wahrlich, er bezeugt es selber. Und wahrlich, stark ist seine Liebe zum irdischen Gut. Und weiß er denn nicht, wenn der Inhalt der Gräber herausgeworfen wird und das herausgeholt wird, was in den Herzen ist, dass ihr Herr sie wahrlich an jedem Tag wohl kennt? ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.